Sind wir bald da? Dieser Strand ist wunderschön. Meine Badehose kneift. Sieht schon etwas klein aus. Komm, wir spielen Verstecken. Haben Sie noch eine Kinder gesehen? Mom, ich bin doch hier. Heute Morgen war er sechs Jahre alt. Oh nein. Mom, ich hab Angst. Mit dem Strand stimmt was nicht. Wir wurden aus einem Grund ausgewählt. Was passiert hier? Ich weiß nicht. Ich kann nicht denken. Und? Ich finde, da habe ich grundsätzlich Lust drauf, weil M. Night Shyamalan auch immer bedeuten kann, dass das Ganze eine sehr interessante Twisty-Nummer wird. Und damit war es das erste Bewegt-Material zu Old, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 22. Juli in die deutschen Kinos bringen wird. Ein Mix aus Horror, Thriller und Fantasy. Das passt eben auch zu diesem Regisseur und die leicht verstörende Musik, die eingesetzt wird. Und die Frage, was ist mit diesem Strand? Dann erzählt wird die Geschichte einer Familie und einem Familienurlaub auf einer tropischen Insel und ein Strand, an dem die Leiche einer jungen Frau gefunden wird und die Familie feststellt, dass sie wahnsinnig schnell altert. Was es damit auf sich hat, das wissen wir auch noch nicht nach dem, was wir jetzt gesehen haben. Aber M. Night Shyamalan steht halt immer für eben Twisty-Filme seit Sixth Sense, Unbreakable Split und so weiter und so fort. Gab es da auch mal wieder einen Karriere-Knick. Aber in letzter Zeit, auch im Serienbereich aktiv, muss ich sagen, bin ich mal gespannt drauf, was Old dann kann. Und deswegen freue ich mich drauf und vor allem, dass man auch noch genug offen lässt. Da zumindest bin ich erst einmal interessiert. Und schauen wir mal, wenn es dann einen nächsten langen Trailer gibt rund um Old, was der dann verrät. Was sagt ihr denn zu dem Gezeigten? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.